Weiter geht's, nächste Folge mit unserem Stellaris Anfänger Tutorial 2023. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Seitenleiste beschäftigen und diese Sachen ein bisschen genauer angucken. Und wenn es euch gefällt, liken und abonnieren nicht vergessen. Würde mich sehr freuen und auch gerne einen Kommentar schreiben. Das hilft dem Algorithmus, dass dieses Video gesehen wird. Gut, dann wollte ich noch sagen, dieses Video und alle Videos hierzu sind ohne DLCs, ohne Mods gemacht. Das ist ganz wichtig, das heißt alles das, was ihr hier in dieser Videoreihe seht, ist ausschließlich mit Vanilla Star Laris gemacht, um auch für euch die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Also alles das ist das Base Game ohne irgendwelche DLCs, die sind alle deaktiviert. Und okay, dann wollen wir uns heute mit dieser Seitenleiste ein bisschen beschäftigen. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen zu wissen und dann werden wir auch die ersten Traditionen auswählen. Wir werden uns mal angucken, was diese Ratsagenda ist und dann haben wir ja schon eine ganze Menge gemacht. Und dann werden wir in den nächsten Folgen auch immer noch ein bisschen weiterspielen und die ersten Kontakte herstellen, die erste Diplomatie mal uns angucken und auch dort mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zum Schluss gucken wir uns nochmal in einem anderen Spielstand ein bisschen das Thema Krieg und sowas an und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Okay, also hier oben gibt es im Situationsprotokoll, das hatte ich euch schon gezeigt, das ist eigentlich relativ einfach. Da gibt es einfach die Situation und die Geschichten. Wie gesagt, das will ich hier nicht spoilern, auch die Anomalien will ich nicht spoilern und nicht machen. Da könnt ihr mal reingucken und ich würde echt mal sagen, guckt euch die wirklich mal an. Und da auch schon mal eine ganz klare Empfehlung, guckt euch dazu auch einige DLCs an. In den DLCs sind Situationen und Anomalien und solche Sachen auch immer mit drin und erweitert das Game wirklich. Und das macht auch so ein bisschen Stellaris aus, nicht nur, dass dort einfach stumpfende Spezies mehr mit reinkommt, nein, dass dort einfach auch unheimlich tolle Geschichten hier ebenfalls mit hineinkommen. Die Regierung. Die Regierung wurde dieses Jahr erst eingeführt und ermöglicht es uns, ein bisschen mehr rollenspielerisch zu agieren. Ich persönlich finde das eine unheimlich tolle Sache. Zusätzlich gibt es auch Fraktionen und Richtlinien hier unten. Und was macht die Regierung jetzt insgesamt? Also grundsätzlich seht ihr eure Ethiken hier links an der Seite. Das heißt, das sind die von unserem Reich, das wir hier spielen. Nochmal, was sind die Ethiken? Die Ethiken sind quasi der moralische Kompass eures Reichs. Das heißt, das ist im Prinzip so die Art und Weise, wie ihr moralisch hier entsprechend arbeitet. Und dann gibt es hier verschiedene Jobs. Die Jobs, die hier an der Seite sind, ihr seht, da wären noch Möglichkeiten frei. Die könnt ihr natürlich auch besetzen in Zukunft. Es gibt eine Ratsagenda, es gibt Erlasse, es gibt Forschung, alles Mögliche, wo die freigeschaltet werden. Und am Anfang startet ihr aber mit einem Verteidigungsminister, einer Präsidentin, einem Präsidenten und einem Forschungsleiter oder Forschungsleiterin. So, ganz wichtig, zu den Anführern an sich, woher die kommen, da kommen wir gleich zu hier unten in dem Punkt. Jetzt will ich es erstmal bei den Sachen belassen. Die Anführer an sich haben Eigenschaften, so wie alle Sachen hier im Spiel. Und da ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich die Kernmechanik dieses Systems hier. Ihr könnt jetzt beispielsweise eine Präsidentin erlassen, die eine Eigenschaft hat und einfach mal euch einen 10% Bonus auf alle Ressourcen gibt. Und ein 10% Bonus auf alle Ressourcen ist einfach mal verdammt mächtig. Wenn ihr so eine Person habt, ist das einfach mal extrem krass. Und wenn die plötzlich aus dem Amt scheidet und ihr euch denkt, verdammt, wo sind meine 100 Mineralien hin, die ich plötzlich im Plus war? Ja, das könnte die Präsidentin gewesen sein. Das ist einfach extrem krass und solche Sachen hatte ich hier. Sie bringt uns jetzt Erlassfonds plus 5, gucken wir uns gleich hier unten an, und auch Einigkeit von Fraktionen plus 2. Was sind Fraktionen? Ich hatte es schon mal erzählt, im Laufe des Spiels werden so, ja, im demokratischen System würde ich das Parteien nennen. Diese Parteien sind da und generieren natürlich Einigkeit. Je nachdem, ob euch die Partei mag oder nicht. Eine Partei hat auch gewisse Eigenschaften und kann euch mögen oder nicht, generiert sie ein bisschen mehr Einigkeit oder halt auch nicht. Und unabhängig davon, wie sie euch mag und wie viel Einigkeit sie euch generiert, kommt auf das alles nochmal 2% obendrauf. Und das erzeugt euch am Ende natürlich noch mehr. Einigkeit ist einfach eine ganz wichtige Ressource hier. So, unsere Forschungsleiterin, das ist diejenige, die dann hier logischerweise die Forschung leitet. Und ja, zum Beispiel, wenn wir hier rüber gehen, einfach Forschungsverständigkeit plus 2% und ansonsten keinen Bonus. Und dann gibt es hier nochmal See, Unterhalt der Schiffe, minus 2%. Das ist halt auch schon eine krasse Sache. Wenn man sich das mal anguckt hier oben drauf, die Schiffe kosten zwar jetzt nur 6,58, aber ich kann euch versprechen, das wird in Zukunft verdammt viel mehr werden. Okay. So, wie gesagt, zu den Personen an sich, wie ihr die rekrutiert und was diese Bubbles hier bedeuten, da kommen wir gleich zu. Dann gibt es hier eine Agenda. Erlasse zeige ich euch auch hier unten drin. Und eine Agenda, das könnt ihr euch so vorstellen wie, ja, so die aktuelle politische Richtung, die ihr einstrebt. Das seht ihr hier. An dieser Agenda wird gerade gearbeitet. Und wenn die fertig ist, dann könnt ihr die beginnen. Das zeigt euch auch dieses Symbol an. Hey, ich bin fertig. Und wir machen das jetzt mal, da weiß ich, dass es einfach gut passt. Und diese Agenda bedeutet Zufriedenheit plus 4%. So, jetzt seht ihr hier, diese Agenda ist jetzt 10 Jahre aktiv. Und in 10 Jahren könnt ihr dann im Prinzip die nächste Agenda nehmen. Und da habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal darauf klicken, könnt aber auch darauf klicken. Das ist in dem Fall egal. Und da habt ihr dann eine verfügbare Agenda. Und die könnt ihr euch einfach angucken und sagen, was ist meine politische Richtung für die nächsten 10 Jahre. Zum Beispiel eine sich entwickelnde Gesellschaft, eine offene Armee. Um da natürlich auch so ein bisschen die Richtung für euer Reich zusammen mit dem Punkt hier, kommen wir gleich darauf zu sprechen, einmal so ein bisschen zu bestimmen. Das heißt, da könnt ihr dann sagen, hey, Fraktionszustimmung, Handelswert, Bewohnerimmigration, Vereinigkeit. Ich habe gerade viele Leute getroffen und möchte einfach hier in meinem demokratischen System Leute haben. Und mache einfach mal offene Arme. Das hier auch wirklich Flüchtlinge. Und es gibt auch wirklich Flüchtlinge in dem Spiel, wenn es Krieg gibt, dass die hier einfach dann entsprechend ankommen. So, das ist im Prinzip ganz kurz und knapp die Möglichkeit, die ihr hier habt. Das heißt, ihr könnt ihr euer Reich noch ein bisschen mehr definieren. Diese Sachen kriegt ihr auch wieder durch verschiedenste Sachen, Forschung und allen möglichen Krams. Da könnt ihr so eine Sachen herbekommen. Okay, Fraktionen. Hatte ich euch gezeigt, gibt es leider hier noch nicht. Ihr werdet dann hier sehen, eine Liste an Fraktionen. Ihr seht hier an der Seite die entsprechenden Forderungen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, weil wir noch keine haben. Am Ende des Tages ist es halt einfach nur wichtig, wenn eine Unzufriedenheit grundsätzlich herrscht in eurem Reich. Das heißt, es gibt Planeten, die sind unzufrieden. Es gibt Fraktionen, die sind unzufrieden. Alles in Summe kann zu einer Rebellion führen. Aber ich habe es persönlich, das ist meine persönliche Erfahrung, in vielen, vielen hunderten Spielstunden noch nicht erlebt, dass eine einzelne Fraktion sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das habe ich noch nicht erlebt. Das wird dann zu innenpolitischen Problemen eher führen und Einigkeit reduzieren und solchen Sachen. Das ist so meine Erfahrung mit Stellaris. Ich persönlich habe diese Fraktion auf dem Stumpf immer ignoriert und bin da eigentlich gut mitgefahren. Das ist so meine Erfahrung mit Stellaris und den Fraktionen. Das kann, wenn man bestimmte Spielstile macht und wirklich ein despotisches Reich spielt, was auch auf Unterdrückung ausgelegt ist, dann kann das hier wirklich mal sehr interessant werden. Das habe ich aber persönlich tatsächlich noch nie gemacht. Wenn ihr da Erfahrung mit habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe bisher immer so eher, ich nenne sie mal mit dem Schlagwort Nette Reiche gespielt und da habe ich mit den Dingen nie Probleme gehabt. Die Richtlinien und Erlasse der Regierung. Das beschreibt so ein bisschen, wie ist eure Regierung drauf. Ich gehe die jetzt nicht alle durch. Das könnt ihr dann gerne euch selbst durchlesen, weil das einfach jetzt den Rahmen dieses Tutorials sprengen würde. Aber so mal ganz kurz, diplomatische Haltung zum Beispiel. Seid ihr streitsüchtig, gibt euch weniger Kriegsmüdigkeit, seid ihr isolationistisch und sagt, ich will mit dem anderen nichts zu tun haben. Ganz wichtig, denkt dran, das kostet euch im Monat Einfluss. Immer, immer, immer auch gut auf den Punkt der Kosten gucken bei diesen Sachen. Dann gibt es zum Beispiel auch Vitalbombardierung. Wenn ihr euch denkt, hey, ich kann keine Planeten bombardieren, was jetzt bei uns eh egal ist, weil wir eben noch keinen gefunden haben dafür. So, sind Umsiedlungen erlaubt, ja oder nein? Wie ist unsere Wirtschaftspolitik? Wenn ihr sagt, hey, pass auf, ich hätte jetzt aber gerne mehr Konsumgüter, weil mir der Krieg egal ist, dann könnt ihr das hier umstellen. Oder ich brauche jetzt einfach mal Militär. Ich habe jetzt hier genug Konsumgüter angesammelt. Dann könnt ihr das auf militärische Produktion umstellen. Also, was ist möglich? Wollt ihr Roboter erlauben? Ja oder nein? Wollt ihr Sklaven erlauben? Ja oder nein? Das sind die Richtlinien. Dann gibt es natürlich die Erlasse. Und bei den Erlassen gibt es ganz, ganz viele Sachen, die auch sehr hilfreich sein können. Ganz wichtig, guckt euch immer die Kosten an. Es gibt dort zwei unterschiedliche Arten. Es gibt einmal die Art, die ihr hier seht mit diesem Symbol. Da oben. Und dann gibt es die restlichen. So, diese Sachen hier, das sind, ja so, ich nenne sie mal politische Erlasse. Das heißt, die haben hier hinten Kosten. 16. Hier habt ihr einen Erlassfonds. Das habt ihr mit Sicherheit jetzt schon das ein oder andere Mal irgendwo gehört. Von 20. Das heißt, ihr habt die gesamten Kosten, die ihr erlasst. Da gehen 20 von runter. Wenn wir jetzt also mal sagen, wir rechnen jetzt einfach mal hier 16 plus 16. Plus 16, das wären ungefähr summa summarum 32. Und von den 32 gehen 20 runter. Das heißt, wenn ihr das beides erlasst, dann seid ihr ungefähr bei 12, die euch das kostet. Das wäre schon krass. Aber das ist für später eine wichtige Sache. Denn so Sternbasenkapazität interessiert uns jetzt noch nicht. Aber ich kann euch das auch versprechen. Das wird krasser werden und das wird mehr werden. Und diese Sachen hier unten, das sind so allgemeine Sachen. Da solltet ihr auf jeden Fall vor einem Krieg oder so mal reingucken. Da gibt es zum Beispiel sowas wie bessere Schilde, bessere Waffen und so weiter und so fort. Das kann ganz, ganz, ganz wichtig werden. Okay. Das Thema Gesellschaft. Ja, das Thema Gesellschaft spaltet sich hier unten in die Relikte. Will ich nur mal ganz kurz zeigen. Ihr könnt durch Situationen oder irgendwelche Geschichten Relikte erhalten. Die sind irgendwie wertvoll. Mehr will ich dazu sagen, kann ich sagen, weil ansonsten müsste ich euch spoilern. Das will ich nicht. Ja, Relikte einfach mal reingucken, was die können. Ist wirklich eine geile Sache hier im Game. Traditionen. Was ist das und was können die? Traditionen sind... Ja, wie soll man das sagen? Das sind Spezialisierungen für euer Reich. So würde ich das mal umschreiben. Das heißt, ihr könnt damit euer Reich in gewisse Richtungen bringen am Anfang und sagen, hey, wenn ihr ein Dispotenreich habt, dann will ich auf jeden Fall am Anfang sowas wie, keine Ahnung, hier Vorherrschaft. Wenn ich das nicht habe, dann nehme ich andere Sachen. Ich gehe jetzt auch nicht auf alle ein. Das könnt ihr euch einfach mal angucken. Hier vorne auf die Werte entsprechend gehen über die Tooltips und gucken, was es gibt. Ich möchte euch nur einmal zeigen, wie die Dinger grundsätzlich aufgebaut sind und was sie können. Und das mache ich mal am Basis der Ausbreitung. Das ist für mich persönlich, weil ich spiele ja immer Schlagwort nette Reiche, ist dieses Thema Ausbreitung für mich am Anfang immer relativ gut. Also, ihr habt immer, wenn ihr alle Unterpunkte angenommen habt, dann kriegt ihr hier einen Abschlusseffekt. Das ist zum Beispiel ein Aufstiegsvorteil. Zeige ich euch gleich. Und maximale Distrikte plus 1 und einen Annahmeeffekt. Das mit den Abschlusseffekten ist sehr gut. Und wenn ihr das annehmt, dann kriegt ihr den Annahmeeffekt von Kolonierentwicklungsgeschwindigkeit plus 25%. Das ist auch eine wertvolle Sache am Anfang. So, das Annehmen kostet euch jetzt Einigkeit. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr das annehmt, kostet euch das 300 Einigkeit. Das haben wir schon genug gesammelt. Deswegen können wir hier gleich weitergehen. Und dann zum Beispiel diese Sachen nehmen. Ihr müsst nicht alle machen. Wenn ihr nicht alle macht, ihr könnt das auch nacheinander machen. Wir könnten jetzt auch hier den nächsten auswählen. Das wäre kein Problem. Aber wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr eben diesen Aufstiegsvorteil nicht. Was das ist, zeige ich euch gleich. Das muss man halt ganz wichtig wissen. Ihr könnt jetzt auch drei Stück annehmen und sagen, hey, ich brauche aber den Wert und den Wert und den Wert. Zeit bitte. Das ist natürlich von eurem Spielstil her völlig möglich. So, überhaupt kein Thema. Aber wir gehen jetzt hier mal durch und hoffen, dass wir dann diesen Aufstiegsvorteil kriegen. Das heißt, ihr seht zum Beispiel, hier startet eine Kolonie. Die, ja, ihr seht, wird gerade kolonisiert mit einem zusätzlichen Bewohner. Eine sehr gute Sache. Da hättet ihr zum Beispiel eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit aller Bewohner. Auch wertvoll. Hier hättet ihr beispielsweise die Einflusskosten aller Sternbasen sind um 10% reduziert. Das heißt, ihr könnt die auch noch schneller bauen. Und mehr können wir jetzt nicht machen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Reichsgröße von Systemen. Das ist hier. Das heißt, ihr könnt euch dann auch schneller ausbreiten. Und Unterhalt ist reduziert. Das heißt, der Bau kostet weniger. Der Unterhalt kostet weniger. Die Systeme kosten weniger bei der Reichsgröße. Und ihr habt, wenn ihr Planeten kolonisiert, am Anfang ein Pop mehr. Das ist ganz, ganz wertvoll. Und die wachsen auch noch schneller. Also Ausbreitung finde ich persönlich am Anfang immer mit einer der Pflichttraditionen, die es hier so gibt. Okay, gut. Und wenn wir da durch sind, durch diese Sachen, dann gibt es die Aufstiegsvorteile. Aufstiegsvorteile am Anfang auch immer ganz wertvoll. Ich persönlich nehme immer einen Aufstiegsvorteil, der nennt sich Technologie. Dort gibt es eine seltene Technologie, die dann schneller kommt. Das erkläre ich euch jetzt beim Thema Technologie nochmal. Da sind wir ja schon mal durchgegangen. Deswegen hier nur ganz kurz. Es gibt hier so lila Technologien. Das sind seltene Technologien. Die könnt ihr am Anfang ganz, ganz selten bekommen. Und da gibt es einen Aufstiegsvorteil. Den zeige ich euch hoffentlich in dieser Folge, wenn wir damit durch sind. Dass wir den hier haben. Das gucken wir uns dann aber an, wenn wir da soweit sind. Okay. Anführer. Ja. Und Technologie abgeschlossen. Da haben wir jetzt vielleicht... Ne, haben wir nicht. Wir nehmen einfach mal die Mineralien rein. Das ist jetzt hierfür egal. Und da haben wir jetzt genau, das ist jetzt genau unser Thema, Anführer, Alternativen erneuert. Top. Jetzt müssten wir aber mal gucken, ob wir eventuell sogar schon in der Lage sind, die nächste... Ne, geht noch nicht. Okay. Also Anführer, Alternativen erneuert, Anführer im Allgemeinen. Was ist jetzt der Anführer und was können die? Die Anführer kommen hier hinten aus eurer Anführerkapazität. Wie gesagt, überschreiten. Wir machen das jetzt auch gleich mal. Ist kein Problem. Ihr müsst dann nur mit den entsprechenden Konsequenzen leben können. Und grundsätzlich ist das Spiel aufgebaut, so ein bisschen Roleplay mäßig, mit Menschen oder Personen, die euer Reich dann am Ende leiten werden. Alle Anführer, die ihr hier seht, sind natürlich auch möglich dann in eurer Regierung. Ihr seht das hier. Das ist einmal die Präsidentin. Das ist einmal hier der Forschungsleiter und der Verteidigungsminister. Der Verteidigungsminister hat auch gleichzeitig die Ente Flotte unter sich oder die Verteidigungsministerin in dem Fall. Und die Forschungsleiterin erkundet auch gleichzeitig die Erhard, beziehungsweise erkundet mit dem Raumschiff Erhard auch gleichzeitig und ist Forschungsleiterin und kann eventuell auch Ministerin werden. Dann gibt es noch eine Wissenschaftlerin. Ihr seht, die Personen haben hier immer mehrere Eigenschaften. Jede Person kostet euch ein bisschen Unterhalt. Also auch da, Obacht, das kann am Ende sehr teuer werden für Einigkeit. Und hat gewisse Eigenschaften. Die Eigenschaften könnt ihr am Anfang nicht bestimmen. Ihr habt nur die Eigenschaften, die es hier gibt. Jede Person wird mit der Zeit, je nachdem, was sie macht, wie sie agiert, hier eine gewisse Stufe erreichen und Erfahrung sammeln. Mit Erfahrung sammelt sie dann entsprechend Fähigkeitsstufen an und wird dann diese schrittweise verbessern. Und dabei natürlich auch ihre Eigenschaften optimieren. Das heißt, eine Fünfer-Forschungsleiterin wird am Ende des Tages auch besser forschen können, schneller forschen können. Und ganz wichtig, auch die Anomalien schneller erforschen können. Jetzt seht ihr hier diese Werte. Das sind Römisch 5, 6, 7, 3. Das sind ungefähr die Stärken, die ihr braucht als Personen, um das vernünftig abzuschließen. Jetzt seht ihr hier, wir haben jetzt hier den Wissenschaftler mit einer Stufe 3. Und das ist unheimlich schwer und hat auch einfach eine Forschungsdauer von 720 Tagen. Wenn der jetzt das machen würde, ihr seht, easy, ich bin ein Dreier, das ist ein Einser, läuft. 3 auf 3 ist okay, das ist so Routine für ihn. Und über diese Sachen kann er sich verbessern, um dann eben hier diese Sachen zu erforschen. Das gilt für alle Leute, ob es jetzt ein Verteidigungsminister ist, der entsprechend eine bessere Feuerrate hat, eine bessere Rückzugschance und so weiter mit höheren Stufen. Und ob es nur ein Governor ist, der hier eure Sektoren unter den Fittichen hat oder, 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 oder. Das gilt für alle Personen. Wenn ihr mal eine Person braucht, dann könnt ihr einfach runterscrollen. Beispielsweise euch hier einen holen. Ihr könnt natürlich auch als Admirele filtern, Generäle, Governors oder Wissenschaftler. Und ich brauche jetzt gerade keinen. Falls wir mal einen brauchen, dann können wir uns nochmal einen holen. Aber auch da ganz einfach, guckt euch an, was die haben. Vielleicht wäre Wissenschaftler mal ganz nett, wenn wir noch ein wissenschaftliches Schiff bauen. Das können wir mal fix in Auftrag geben. Ein weiteres Forschungsschiff. Und dann holen wir uns dazu passend schon mal einen Anführer. Das heißt, wir holen uns einen Wissenschaftler und gucken jetzt einfach mal, was wäre für unser Forschungsschiff geeignet. Also, gucken wir mal. Forschungsgeschwindigkeit, Anomalien. Boah, klingt ja erstmal gut. Könnten wir brauchen. Erfahrungszuwachs ist ein allgemeines Teil. Ist also für alles geeignet. Wäre also auch nicht schlecht. Erkundungsgeschwindigkeit. Ja. Erfahrungszuwachs würde ich wahrscheinlich am Anfang gesehen nehmen. Einfach, um die Erkundungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Die gute Dame werben wir mal an. Ja, das bringt uns über das Anführerlimit. Und jetzt seht ihr, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber das kostet Unterhalt wird um 16% erhöht. Die kosten jetzt also einfach verdammt viel mehr. Das seht ihr hier. Und ihr werdet auch dann in der Einigkeit sehen, dass das dann runtergegangen ist. Okay. So, untätiger Anführer. Das hat er euch jetzt hier oben gerade gesagt. Aber das ist auch kein Problem. Das kommt dann, wenn wir hier soweit sind. Okay. Ich hatte das eine Raumschiff schon mal hier lang geschickt. Das andere geht gerade hier rum. Und jetzt können wir uns mal dort den Anführer reinsetzen. Und wo haben wir sie gehabt? Das war sie hier, glaube ich. Genau. Nehmen wir mal sie hier. Und das Raumschiff geht jetzt hier diesen Zweig oben lang. Und dann würde ich sagen, klickst du einfach mal da lang. Und guckst dir einfach mal hier dieses Thema an. Wollen wir mal schauen, was es da so schönes gibt. So, jetzt gucken wir mal, ob du noch ein paar Aufgaben hast. Dann geben wir dir auch gleich noch ein paar Aufgaben. Und wenn die alle was zu tun haben, gucken wir uns jetzt in Ruhe die Spezies an. Ja, bei den Spezies gibt es ein paar Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt hier all eure Reichsspezies sehen. Das ist jetzt am Anfang noch nicht ganz so interessant. Aber ihr könnt die am Ende optimieren. Das ist eigentlich immer das Wichtigste für euch. Und ihr könnt auch die Rechte, die Einstellungen hier entsprechend festlegen. So, wir gucken uns jetzt zumindest das Thema Rechte an. Den Rest kann ich euch nicht zeigen, weil mir hier genetische Punkte fehlen. Die könnt ihr durch Forschung bekommen in Zukunft. Und dann habt ihr genetische Punkte und könnt hier eure Leute verbessern. Mit anderen Worten, ihr könnt diese Punkte hier, die ihr hier seht, die momentan ja in eurer Spezies mit drin sind, dann tatsächlich verändern und zum Beispiel sagen, hey, diesen Bewohnerunterhalt, das finde ich voll doof, das schmeiße ich raus und werde das auf alle Menschen anwenden, werde die entsprechend optimieren, sodass wir tatsächlich dann ein Mensch 2.0 dadurch generieren. Das ist möglich. Das heißt im Prinzip einfach nur, wenn ihr die Punkte habt, dann könnt ihr eine hier Vorlage erstellen. Dann poppt ein Fenster auf. Da könnt ihr dann diesen Punkt rausnehmen. Geht auf Speichern. Und dann ganz wichtig, alle Menschen hier an der Seite anklicken. Vorlage anwenden. Und dann seid ihr noch nicht fertig. Dann kriegt ihr ein Forschungsprojekt hier oben in den Situationsprotokollen. Das müsst ihr dann erforschen. Und dann habt ihr das Ganze hier alles angewendet. Ansonsten, wenn ihr verschiedene Spezies habt, es kann ja auch sein, dass ihr Despoten reich spielt oder, 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 dann gibt es hier Rechte, die könnt ihr festlegen. Das ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Das heißt, ihr könnt hier für jede Spezies, die in eurem Reich ist, ganz genau festlegen, was sie machen kann. Und das kann auch später wichtig sein, denn ihr könnt damit auch bestimmen, kann sie bestimmte Jobs machen, kann sie an Militärdiensten teilnehmen, können sie vielleicht kolonisieren. Vielleicht habt ihr ja Leute, die gut auf Eisplaneten leben können und ihr wollt aber dort Planeten gründen und ihr als Menschen könnt das nicht. Dann könnt ihr die natürlich nehmen. Und wenn ihr, wie ich, friedlich spielt, dann sagen, pass auf, ich erlaube Migration, erlaube von meinem umliegenden Reichen Migration in mein Reich. Und dann nehme ich diese Leute, freue mich mit ihnen an und sage denen, ihr dürft kolonisieren und dann schicke ich die auf anderen Planeten. Auch so eine Sache ist möglich, dass ihr mit eurem Reich euch dann auf Planeten ausweitet, die ihr als Menschen vielleicht gar nicht in Betrieb nehmen könnt, im Besitz nehmen könnt. Ja, all solche Spielstile, das bleibt natürlich auch euch überlassen, könnt ihr hier machen. Also, wir gehen erstmal ganz kurz durch. Sind das volle Staatsbürger, sind sie wohnhaft oder sind sie Sklaven? Ihr seht, da gibt es ein paar entsprechende Eigenschaften, die sind natürlich, wenn sie Sklaven sind, kann man sich glaube ich vorstellen, oder wenn sie unerwünscht sind, dass sie in gewisser Weise unzufrieden sein werden. Lebensstandard, ihr könnt auch hier natürlich, ihr seht es, ihr könnt die natürlich auch mit Material zuballern. Die produzieren dann natürlich mehr Forschung und Einigkeit. Ihr könnt denen aber auch sagen, Grundversorgung, mehr habe ich jetzt gerade nicht für euch. Ja, das kann natürlich dann durchaus Zufriedenheitsprobleme verursachen. Dann gibt es natürlich Militärdienst. Sollen sie nur Soldaten sein, dürft ihr nichts machen oder so und so weiter. Es gibt natürlich auch Spezies, die sehr robust sind, die sich gut für Militärdienst eignen. Und wenn ihr dann hier gesagt habt, hey, nö, ist nicht, dann braucht ihr euch halt nicht wundern, wenn bei den Planeten, ihr erinnert euch, dort diese Spezies nicht ausgewählt werden können. Können sie kolonisieren? Gibt es Bevölkerungskontrollen? Dürfen sie wachsen oder nicht? Gibt es Migrationskontrollen, aktive Migrationen? Ihr seht, hinter Bewohner dieser Spezies daran, sich frei zwischen Welten zu bewegen oder ist euch das egal? Und welches Sklavereityp? Das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen, weil wir keine Sklaverei haben. Aber hier ist es tatsächlich wichtig, was für eine Art von Sklaverei habt ihr, wenn ihr Sklaven habt. Und das entscheidet beispielsweise auch, dürfen sie zum Beispiel hier unten überhaupt arbeiten oder nicht? Es kann ja sein, dass ihr Sklaverei erlaubt in eurem Reich für bestimmte Spezies und dann hier in diesem Bereich sagt und durch die Art der Sklaverei festgelegt habt, dass die hier gar nicht arbeiten dürfen und ihr euch wundert, dass die nur hier unten arbeiten. Solche Sachen könnt ihr in der Spezies eben hier durch die Rechte festlegen, einstellen. Okay, das war das Thema Spezies. Die Planeten und Sektoren, die haben wir uns schon angeguckt. Nur nochmal ganz, ganz kurz, mehr will ich auch gar nicht zu sagen. Jeder Sektor hat hier einen Governor und dieser Governor hat entsprechend die Planeten unter sich. Aber mehr will ich zu diesem Sektorenthema jetzt gar nicht sagen. Achtet einfach darauf, je nachdem, was hier ganz groß ist, dass ihr vielleicht einen Governor nehmt, der mit seinen Eigenschaften, ihr seht, hier irgendwie dazu passt. Wenn ihr beispielsweise einen Governor habt, der, wir können ja mal reingucken, ob wir da irgendwas hätten. Gucken wir uns mal die Eigenschaften an. Baudauer, nein. Baudauer, Armeen, Lebensdauer. Es ist Unterhalt der Gebäudereichsgröße von Distrikten. Es gibt auch Gaffeners, die euch Forschungsboost geben und sowas. Oder einen Boost für Nahrung. Dann könnt ihr gucken, dass ihr das hier reinpackt. Ansonsten könnt ihr das auch am Anfang ignorieren, das Thema. So, Expansionsplaner hatte ich euch auch schon gezeigt. Und dann das Thema Flottenverwaltung. Die Flottenverwaltung im Detail gucken wir uns dann nochmal an. Aber Flottenmanager und Schiffsdesigner will ich jetzt auf jeden Fall schon mal ansprechen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Also ihr könnt grundsätzlich hier neue Flotten erstellen und dann hier über die Seite Schiffe reindringen. Also hier an der Seite habt ihr die Liste an Flotten. Die ist identisch mit der Liste, die ihr hier seht. Dann habt ihr hier die Eigenschaften der Flotte. Das heißt, ist euer Verteidigungsminister dort drin? Habt ihr dann eine Person drin? Ist die entsprechend stark, die die Flotte? Wie stark ist sie in dieser fiktiven Einheit Militärmacht? Und die Eigenschaften der Flotten, wo ist ihre Heimatbasis? Das könnt ihr hier auf die beiden Raumstationen, die ihr habt. Könnt ihr da sagen, wo die stationiert sein soll. Und haben wir die Flottenhaltung, passiv oder aggressiv. Wenn ihr euch mal wundert, ihr schickt eine Flotte in einen Sektor und die greifen einfach nicht an. Dann könnte es sein, dass ihr hier umgestellt habt. So, dann habt ihr hier unten die Schiffe. Ihr könnt hier ein Schiff hinzufügen. Wir haben jetzt aktuell nur eins, die Richthofenklasse. Von daher macht das keinen Sinn. Wir fügen jetzt mal ein paar hinzu. Das heißt, ihr seht hier unten, wir können hier sagen, blub, blub, blub. Und wir können jetzt hier zwei hinzufügen. Wir haben noch 260 Legierungen. Wir haben 200 Legierungen. Seht ihr hier oben, was das Ganze kostet. Hier seht ihr auch gleich, wir haben aktuell drei. Fünf würde das dann kosten in dieser Flottenkapazität. Scheinbar hat dieses Schiff eine Flottengröße von eins. Und dann könnt ihr auch jetzt sagen, alle verstärken. Und dann werden die Sachen hier in dieser Raumstation automatisch gebaut. Und dann auch automatisch hier zu dieser Flotte hinzugefügt. Also ich persönlich würde wirklich sagen, guckt euch diesen Flottenmanager an. Guckt euch das mal eine Minute an. Und versucht euch damit zurechtzufinden. Das ist wirklich ein mächtiges Tool. Dann könnt ihr hier euren Schiffen in der Flotte sagen, verstärken. Das heißt, wenn ihr hier nur drei habt. Nach einem Krieg sagt ihr einfach, wupp, einmal bauen. Natürlich müsstet ihr darauf achten, dass ihr genug Ressourcen habt. Steht hier oben. So wie eben gerade. Und dann wird diese Flotte automatisch aufgefüllt. Und dann müsst ihr dann auch nichts mehr dran machen. Nicht mehr rumfrummeln. Das manuell machen. Einfach sagen, verstärken und läuft. So, dann gibt es hier Flotte reparieren. Ja, nach einem Krieg. Ihr klickt auf reparieren. Die fliegt zur nächsten Raumstation. Dann wird es repariert. So, was heißt das hier? Flotte verbessern. Das heißt, ihr passt sie an den aktuellen technischen Stand an. Gucken wir uns gleich beim Schiffsdesigner nochmal an, was das bedeutet. Dann gibt es hier Söldner-Enklave umwandeln. Könnt ihr machen. Lest euch das Tooltip mal durch. Habe ich persönlich noch nie genutzt. Und natürlich auch auflösen. Weiß ich nicht. Sollte man vielleicht nicht machen. Okay. Vielmehr gibt es eigentlich zum Thema Flottenverwaltung auch gar nicht zu sagen. Mehr ist das wirklich nicht. Ihr könnt jetzt hier auch eine neue Flotte erstellen und sagen, wir packen jetzt hier eine Korvette rein. Packen jetzt hier einen Admiral rein. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Weil ich meine, unser Reich ist hier definitiv nicht so groß. Ihr könnt die Flotte hier auch wieder auflösen. Ja, da ist nichts drin. Und ihr könnt natürlich auch diese Ente-Flotte hier umwandeln in erste Flotte, damit das einfach mal ein bisschen besser funktioniert. So. Und dann natürlich die wichtigste Frage. Wie funktioniert der Schiffsdesigner? Beim Schiffsdesigner. Ja, da gibt es ein bisschen mehr zu zu erzählen. Wenn ihr Schiffe designen wollt, dann habt ihr dort gewisse Eigenschaften, Technologien und so weiter und so fort. Wir werden das jetzt mal exemplarisch an unserer Korvette durchziehen. Das heißt, ihr könnt hier draufklicken und könnt hier eine neue Korvette erstellen. Würde ich tatsächlich am Anfang auch machen. Denn eure Korvette hat hier so Standard-Eigenschaften. Jetzt geht bitte am Anfang. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr lasst das vor dem Spiel generieren oder ihr macht diesen Knopf hier aus und sagt, hey, ich mache das selbst. Aber wenn ihr das ausmacht, ganz wichtig, guckt hier rechts auf der Seite auf automatische Verbesserung. Diese Modelle sollten alle diesen Knopf hier aktiviert haben und dann werden eure Modelle hier ganz automatisch verbessert. Und dann braucht ihr eben neue Forschungen, die ihr macht. Das heißt, hier steigen die Stufen an. Das braucht ihr nicht mit einbauen. Das ist dann alles kein Problem. Jetzt gucken wir uns erstmal die Korvette an. Was kann die, was hat die und was macht die besonders? Also, hier oben findet ihr die Waffen und hier unten die Verteidigungssysteme. Hier rechts an der Seite findet ihr die allgemeinen Eigenschaften. Die allgemeinen Eigenschaften ist die Energie. Wir haben jetzt einen Kernspaltungsreaktor drin. Das geht dann über Kernfusionen, kalte Kernfusionen, Materie, Antimaterie, Nullpunktreaktor. Und das ist dann hier eure Energie, die ihr hier oben habt. Ja, im Moment gibt es keine. Das heißt, da können wir nicht allzu viel machen. Wir könnten zum Beispiel auch hier Schilde gegen Panzerung austauschen. Dann würdet ihr sehen, hätten wir hier ein bisschen Energie übrig. So, wir machen das wieder mal zu den Schilden. Dann gibt es einmal den Hyperantrieb. Das ist im Prinzip die Geschwindigkeit eures Schiffes, wie schnell er sich bewegt, wie schnell er sich zurückziehen kann. Die Unterlichtantriebe, das ist die Möglichkeit, wie schnell ihr euch in einem Raumsystem bewegt. Auch hier nochmal ganz wichtig, wie funktioniert das mit dem Springen am Beispiel Alpha Centauri. Wir kommen aus Terra, landen hier, wollen über die Hyperraumroute nach Uchiba fliegen. Dann habt ihr nicht nur die, dann kommt ihr von hier und müsst mit den Unterlichtantrieben hier lang fliegen und dann hier diesen Punkt benutzen, um dann mit den Überlichtantrieben dahin zu kommen. Deswegen ist auch die Unterlichtgeschwindigkeit von Schiffen immer, 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 immer wichtig. Ganz wichtige Sache. Sensoren sagt eigentlich, glaube ich, schon alles. Ich glaube, Sensoren kennt man. Reichweite, wie weit könnt ihr feindliche Schiffe entdecken. Reichweite ist immer so ein, so ein Hyperraumrouten-Ding hier. Und eine ganz wichtige Sache, der Gefechtscomputer. Ja, in dem Gefechtscomputer können wir im Moment noch nicht allzu viel einstellen. Aber hier könnt ihr zum Beispiel auch die Reichweite definieren, wie weit das Schiff fliegen soll. Und da werden wir uns gleich mal ein weiteres Schiff designen, was hiermit jetzt weniger zu tun hat. Und gucken uns mal an, was wir da alles machen können. Okay, dann hier unten diese Sache. Dort gibt es eigentlich immer verschiedene Sachen. Hier gibt es so Komponenten, die ihr hinzufügen könnt. Das kommt im Spiel im Laufe der Zeit. Da könnt ihr Schilde verbessern, verstärken, könnt ihr Panzerung verstärken. In dem Fall haben wir einen Reaktorverstärker. Keine Ahnung, der erzeugt halt mehr Spaltung oder so. Was weiß ich, was das Ding macht. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, ihr könnt damit den Reaktor verstärken und sagen, wir erhöhen hier die Leistung. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Das Reinziehen ist immer das Gleiche. Hier, na, das nicht, draufklicken und dann hier hingehen und mit der linken Maustaste fallen lassen. Rechte Maustaste abwählen und dann habt ihr den hier auch drin. Wenn ihr das Ding raushaben wollt, rechte Maustaste, rechte Maustaste und dann ist das Ding hier auch wieder weg. Linke Maustaste und einmal da rein. Je nachdem, welche Größe ihr habt, das gilt auch hier oben für diese Sachen, gibt es hier Slotgrößen S, M und L. Die technischen Eigenschaften werden sich hier nicht ändern. Ihr seht hier die Trefferpunkte, also dass es ein Deflektor ist, das meine ich damit, aber die Stärke wird natürlich anders. Wenn ihr irgendwann M habt, das sind die größere Schiffe dann, dann habt ihr hier 190 Trefferpunkte auf den Schilden. Hier hättet ihr 450. Tägliche Regeneration 3. Das heißt, wenn euch einer runterschießt im Kampf, dann ist die Regeneration hier etwas größer. Das könnt ihr hier entsprechend reinpacken. Und es ist natürlich auch da die große Frage, was nehme ich denn jetzt? Panzerung oder Schilde? Ja, das hängt natürlich vom Feind ab. Wenn ihr irgendwann einmal auf dem Feind trefft und dort eine entsprechende Feindaufklärung habt, dann braucht ihr natürlich unterschiedliche Sachen. Das müsst ihr vom Feind abhängig machen. Das heißt, wenn ihr einen Feind getroffen habt, wenn ihr den Feind erkundet habt, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass ihr sagt, hey, wir haben dort oder der Feind hat sehr gute Waffen gegen Schilde. Dann ist wahrscheinlich dieser Aufbau hier nicht so geeignet, weil ihr sagt, okay, dann baue ich überall Panzerung rein. Dann muss er erstmal eine Panzerung runterschießen und wir bauen Waffen gegen Schilde ein und dann haben wir schon mal einen taktischen Vorteil. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ihr müsst eure Raumschiffe auch immer so ein bisschen umdesignen, je nachdem, welchen Feind ihr gegenübersteht. Und das ist auch bei der KI durchaus wichtig, denn die macht das so ansatzweise zumindest auch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt eigentlich so zwei, drei große Eigenschaften. Es gibt einmal den Rumpf des Schiffes, es gibt die Panzerung und die Schilde. Der Rumpf wird sich nicht großartig verändern. Es gibt natürlich Rumpfplatten, die ihr anbringen könnt. Der ist aber immer oder mehr oder weniger identisch. Und je nachdem, was ihr hier habt, Panzerung oder Schilde, könnt ihr eure Waffen hier oben, dann kommen wir jetzt eben auch zu den Waffen, entsprechend designen, was ihr dort reinhaben wollt. Jetzt haben wir hier am Anfang drei Waffen. Das wird noch eine ganze Menge mehr werden. Die Art der Waffe ist aber eigentlich egal. Guckt euch die Eigenschaft an und da gibt es eigentlich, ja, so, ich nenne sie mal zwei Sachen, auf die ich immer gucke. Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wenn ihr auf diese Waffe geht, dann seht ihr jetzt einen kleinen roten Laser. Dann seht ihr eine ganze Menge Werte. So, wichtig ist für mich persönlich nur im oberen Bereich Reichweite und Durchschnittsschaden, täglicher Durchschnittsschaden. Natürlich ist auch Genauigkeit und sowas interessant. Aber das kommt wirklich, das sind wirklich so Spielmechaniken, die dann ins Detail gehen. Deswegen ganz ehrlich, am Anfang guckt euch die Reichweite und die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsschaden an. Reichweite ist ganz wichtig, korreliert mit dem Ding hier. Das heißt, wenn ihr Gefechtscomputer habt, die hier eine gewisse Reichweite ermöglichen zum Einstellen, passt das an auf die Reichweite hier. Es macht keinen Sinn, wenn ihr hier drinnen überall Waffen habt, die eine Reichweite von 100 haben, das Schiff aber bis auf, keine Ahnung, Sichtweite ranfliegt, auf irgendwie 30 oder so, dann könnt ihr hier auch im Gefechtscomputer 100 einstellen. Darauf ein bisschen achten. Und dann der Wert darunter ist ganz wichtig. Das erhöht und erniedrigt im Prinzip den täglichen Durchschnittsschaden. Und jetzt seht ihr schon, wie dieses Schiff von der KI designt wurde. Das heißt, wir haben sehr viele Schilde, aber wir machen wenig Schildschaden. Das bedeutet, wenn jetzt ein entsprechend gleiches Schiff kommt, dann ballern die sich hier auf die Nase und wir haben überhaupt keinen taktischen Vorteil, denn wir machen wenig Schildschaden, aber wir haben viele Schilde. Ja, irgendwie doof. Kann man da nicht irgendwas machen? Ja, kann man. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier noch drin ist. Jetzt ist noch ein kleiner roter Laser drin. Die haben beide einen täglichen Durchschnittsschaden von 2,32. Und das könnt ihr jetzt mit dem Punkt da drunter. 2,32 geht mit minus 50% Schaden auf die Schilde. Mit plus 50% auf die Panzerung. Und mit plus 25% macht ihr damit Rumpfschaden. Boah, denkt man sich erstmal, sieht ja erstmal ganz gut aus. Aber kann man da nicht vielleicht irgendwas machen? Ja, pass auf, wir haben hier hinten noch eine Atomrakete. Immer ganz wichtig. Slotgrößen beachten hier oben. Ja, das geht natürlich auch. Es gibt hinterher auch andere Slots wie X, M und so weiter und so fort. Das wird hinterher bei großen Schiffen interessant. Aber hier gibt es noch eine Atomrakete, die hat Schilddurchschlag. Die interessiert sich also kein Stück für eure Schilde. Die fliegt da einfach durch und knallt direkt auf die Panzerung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen ist dieses Design gar nicht so schlecht, weil der hier einfach stumpf durch die Schilde fliegt und sagt, hey, mich juckt das überhaupt nicht, was ihr mit den Schilden macht. Ich reite da durch und ballere mit meinem Durchschnittsschaden von 2,35 direkt hier drauf. Obacht, es gibt natürlich auch Waffen, die haben wir aktuell noch nicht. Die kommen später. Die können natürlich auch Raketen und Jäger abfangen. Ja, das geht auch. Also nur euch auf das zu konzentrieren, finde ich, macht keinen Sinn. Aber das bleibt für jeden selbst überlassen. Ich persönlich bin ein Freund von einem anderen Design von Schiffen. Ich mache hier gerne die Waffen, die Atomrakete hier raus und nehme hier gerne ein Gauss-Geschütz mit rein. Dieses Gauss-Geschütz hat Schildschaden und weniger Panzerungsschaden. Es macht einen Durchschnittsschaden von 7. Ja, ganz wichtig, Schildschaden und Rumpfschaden ist identisch. Also der Schildschaden ist plus 50% bei diesen 7 täglichen Durchschnittsschaden. Jetzt bin ich da, 3,6. Entschuldigung, ich war bei M. Und er hat natürlich auch einen Rumpfschaden, aber der ist einfach genauso, wie es da steht, 3,62. So, das heißt, wir sollten den auf jeden Fall mit reinbauen. Und ich finde, das ist in der Kombination besser, denn der kann dann auf die Panzerung schießen. Er macht die Schilde runter und wird dann entsprechend, ihr seht ihr schon, jetzt haben wir zu wenig Energie, wird einmal Rumpf und Schilde beballern und das Ding kümmert sich um die Panzerung. So, jetzt können wir hier noch einen Reaktorverstärker mit reinsetzen, da haben wir auch genug Energie. Und dann ist die Richthofen-Klasse hier speichern. Ihr seht, hier sind jetzt ein paar Schiffe im Bau, das können wir also nicht speichern. Das können wir jetzt leider nicht speichern, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Und ein neues Design könnt ihr genauso erstellen. Und hier würde ich jetzt passend dazu, die Sachen bleiben gleich, jetzt können wir hier eine Sektion auswählen. Jetzt haben wir hier zwei Schiffe und ich will euch einmal das hier auch zeigen. Hier gibt es nämlich jetzt so einen P-Slot, ja. Und das ist genau das, was ich euch gesagt habe. Da können wir jetzt nämlich reingucken, dass wir uns ein passendes Schiff designen und unsere Flotte. Wir vermuten, ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung. Wenn unser Designer das so designt, das Schiff, würde ich mal erwarten, dass unser Gegner das auch so macht. Das ist also eine Idee, als wir jetzt hier Atomraketen reinpacken, dass wir einfach mal mehr Atomraketen abschießen, denn er wird wahrscheinlich kein Schiff am Anfang mit P haben. Und wir gucken jetzt, dass wir eine Wächterpunktverteidigung reinsetzen, die hier... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Na, hallo, pop-up. Rumpfmontierte Gegenmaßnahmen gegen Raketen. Geschützbatterie, die auf kurzen Entfernung Schrapnellwirkung entfaltet. Also eine Wächterpunktverteidigung. Blub, die kommt hier mit rein. Und dann setzen wir hier entsprechend Deflektoren wieder mit rein. Panzerung. Fertig. Das können wir jetzt, keine Ahnung, Hans-Wurst nennen, das ist die Hans-Wurst-Klasse. Ganz wichtig, automatische Verbesserung anmachen, speichern. Das wäre jetzt so das perfekte Gegenstück zu unserem Schiff. Wir haben jetzt also ein Schiff designt, das konnten wir leider nicht abspeichern, das müsste man dann nachträglich nochmal machen, was nur mit Gauss-Geschützen und mit Lasern den Gegner beschießt. Und ein passendes Wachschiff dazu in die Flotte. Da würde ich hier zum Verhältnis, das ist jetzt ein Bauchgefühl, zwei Drittel, ein Drittel, das heißt zwei Drittel von dem anderen, ein Drittel von dem hier mal reinpacken und sagen, du schießt mit deinen Atomraketen und sorgst gleichzeitig dafür, dass uns gegnerische Atomraketen nicht treffen sollten. So, und dann finde ich, ist das persönlich eigentlich erstmal eine gute Sache. Und jetzt könnt ihr auf eure Flottenverwaltung gehen, sagt Schiff hinzufügen, Hans-Wurst-Klasse. Und dann fügt ihr jetzt mal eins hinzu. Könnt ihr auch noch zwei machen oder so. Und dann, es müssen momentan keine Flotten verstärkt werden. Das ist jetzt komisch. Können wir einfach mal weitermachen. Das sollte da drinnen stehen, das finde ich jetzt komisch. Ja, okay, jetzt kommt's. Blub. So, einmal bauen und dann wird die Hans-Wurst-Klasse hier eingereiht und dann seht ihr, wie eure Flotte ebenfalls größer wird und auch hier stärker wird. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Jetzt können wir einmal die nächste Tradition hier einreihen. Das lassen wir vorher erst mal sein. Und dann haben wir die nächste Forschung. Das mache ich alles gleich einmal offline. So, der nächste Punkt auf unserer Agenda sind die Kontakte. Und da werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen, ach Moment, aber wir kennen ja noch keinen. Ja, ihr seht, ich habe schon ein ganz bisschen weitergespielt und wir haben jetzt hier unten so einen Erstkontakt. Da kann man auch natürlich mal reingehen und mal gucken, was da passiert. Jetzt seht ihr hier, das ist unser Raumschiff. Und jetzt können wir mal schauen, sehen wir hier irgendeinen Erstkontakt. Seht ihr hier irgendetwas? Und wenn ihr jetzt sagt, nein, Mensch, ich sehe hier nichts. Keine Sorge, ich sehe hier auch nichts. Also, das wäre durchaus mal spannend. Also, ihr habt jetzt hier so einen Babel und habt einen Erstkontakt. Das passt sehr gut zum Thema Kontakte, weil wir hier noch keinen drinnen haben. Also, wir haben jetzt einen Erstkontakt. Und da gehen wir jetzt hier hinein. Blub. Und dann seht ihr hier, es ist unbekannt. Das ist alles irgendwie, das ist doch alles irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Und dann könnt ihr jetzt hier sagen, einen Gesandten. Das sind die Leute, die hier oben mit drinnen sind. Also, ihr habt im Spiel eine gewisse Gesandtenkapazität. Die können gewisse Aufgaben machen. Das gucken wir uns alles an. Dann könnt ihr sagen, hey, da setze ich mal Cecilia Barit rein, Julia Müller oder so. Nennen wir mal Julia. Die macht das bestimmt ganz gut. Ja, die wird jetzt hier dran arbeiten und einfach mal hin und her fliegen und Dinge machen. Und gucken, dass das hier funktioniert. Und wenn ihr den Kontakt aufgebaut habt, dann wird der hier drinnen sein. Und ich werde jetzt mal ein bisschen Zeit überspringen und zu dem Punkt vorspringen. Warum mache ich das? Unter anderem, weil hier gerade sehr viele Events laufen im Spiel und ich euch die auf jeden Fall nicht zeigen möchte. Das sind ganz viele Events, die mit Eventketten zu tun haben. Die will ich euch tatsächlich nicht spoilern. Die könnt ihr lieber selbst erleben. Und am Ende des Tages werden jetzt nur die diverse Fenster aufpoppen und diverse Entscheidungen passieren. Auch da will ich euch nicht spoilern. Liest euch das gut durch und handelt einfach so, wie ihr denkt. Das wäre für euer Reich das Beste. Am Ende des Tages wird es dazu kommen, dass ihr das Reich entdeckt. Oder eine Spezies oder, 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 was ja auch immer dann entdeckt wird. Und je nachdem, welche Entscheidung ihr in der Eventkette trefft, kann es sein, dass sie euch mögen oder nicht. Das ist nochmal ganz wichtig. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hier das Thema entdeckt haben. Und da ist er, unser erster Kontakt mit einer fremden Spezies. Und das ist der Eti-Orden. So sehen sie aus. Und das ist ihr Wappen. Und jetzt gibt es hier eine Frage, die ihr stellen könnt. Oder wie sollen wir reagieren auf ihre Anfrage? Und am Ende des Tages heißt es, gut, mittel oder ich haue euch direkt auf die nicht vorhandene Nase. Wir gehen hier einmal auf. Wir freuen uns, euch zu treffen. So sind wir halt. Den Rest klicke ich jetzt mal weg. Und ansonsten, was habe ich bisher gemacht? Ich habe bisher ansonsten nicht allzu viel gemacht. Ich bin wirklich nur mit unseren Forschungsschiffen rumgeflogen. Habe die Sachen hier erkundet. Bin mit den Konstruktionsschiffen hinterher geflogen. Habe hier gesagt, eine, ich kann das mal hier zeigen, bitte eine Sternbasis bauen. Links klick auf das Schiff. Rechts klick und dann einmal Sternbasis bauen. Links klick. Und dann hier auch wieder das Ganze, wenn es hier entsprechende Ressourcen gibt. Rechts klick. Bergbaustationen bauen und so weiter. Und dann parallel einfach auf die Eventketten reagiert, die hier so aufpoppen. Das ist einmal ganz interessant. Und ansonsten ist tatsächlich hier nicht viel passiert. Aber ich kann euch sagen, das ist am Anfang schon umfangreich genug. Ja, und jetzt gibt es hier tatsächlich das Reichen. Jetzt können wir mal ganz kurz weiterspielen. Und dann seht ihr, wie das hier aussieht. Ja, suchen wollte ich jetzt nicht. Und ihr seht auch, wir sollten uns mal zusehen, dass wir hier schleunigst mit unserem Raumschiff wieder rauskommen. Nicht, dass die die Grenzen schließen. Und jetzt seht ihr, beim Gegner gibt es hier Kolonien. Es gibt normale Systeme, ähnlich wie bei uns. Und es gibt Systeme, die haben eine Kolonie. Das ist einmal genauso wie bei uns. Das sind diese hier. Das ist hinterher ganz interessant. Und wir wissen auch schon, ihr könnt ja mal raten, wo sein Heimatsternensystem ist. Ja, ich würde vermuten, anhand dieser komischen Zacken hier wird das hier sein. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr auf das Fenster. Das Fenster Diplomatie. Alles, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir bleiben jetzt erstmal hier vorne bei den Kontakten. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel auch, wir haben da keine Infos. Wie gesagt, Spionage, Diplomatie. Das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Das machen wir in Ruhe dann. Und hier könntet ihr dann, wenn ihr diese Infos habt, auch sagen, sollte mir das mal. Ihr seht hier auch, mag der euch oder mag er euch nicht. Was Beziehungen bedeuten. Das gucken wir uns auch alles beim nächsten Mal an. Und hier seht ihr dann diese ganzen Sachen. Wie gesagt, die ganzen Buttons und so. Das gucken wir uns alles im Detail dann in der nächsten Folge mal alles an. Ansprüche werden wir uns auch parallel in der nächsten Folge angucken. Denn es gibt noch ein Thema, nämlich zurück zum Thema Traditionen. Das wollte ich jetzt noch einmal abschließen. Wir haben natürlich jetzt wesentlich mehr Einigkeit gesammelt, um jetzt das Thema abzuschließen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier bei eurer Tradition hier drauf gehen und sagen, ja, ich bezahle das. Und dann seht ihr, habt ihr hier einen Aufstiegsvorteil freigeschaltet. Und in diesem Aufstiegsvorteil gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge. Auch hier will ich euch nicht alles vorbeten und erzählen. Am besten ist wirklich immer gucken, haubert mit der Maus drüber. Wenn ihr den Effekt nicht versteht, ist das überhaupt nicht schlimm. Kommt gerne in den Discord und fragt. Das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten am Anfang persönlich. Ich empfehle eigentlich immer den hier. Denn damit habt ihr eine höhere Forschungsgeschwindigkeit. Und ihr seht, das Thema seltene Technologien tauchen 50% öfter auf. Seltene Technologien sind echt nicht zu verachten. Das ist das, was der Name sagt. Die sind lila und selten und können euch in gewissen Situationen durchaus einen entscheidenden Durchbruch bringen. Das ist echt eine ganz, ganz wichtige Sache. Ansonsten, wir gehen die mal vielleicht mal ganz kurz durch. So Beherrschung der Natur. Aber das wäre interessant, wenn ihr mit sehr vielen Planeten spielt und ihr Blocker entfernen wollt. Was gibt es denn auch so gemeinsames Schicksal? Da kriegt ihr mehr Gesandte. Es gibt hier noch eine ganze Menge mehr, was ihr machen könnt. Ihr könnt auch zu einer Krise werden in Zukunft und sagen, ich bin der allmächtige Despot und will alle vernichten. Das geht auch. Dann könnt ihr hier zur Krise werden. Ich persönlich entscheide mich jetzt für den technologischen Aufstieg, damit wir eben hier drinnen in der Technologie irgendwann einmal hier so eine Lila-Technologie bekommen und dort einfach mal mehr haben werden. Okay. Das zu dem Thema. Jetzt seht ihr, wir können hier noch mehr auswählen. Das mache ich. Das mache ich dann offline. Auch zum Thema Fraktionen will ich nochmal, will ich das nochmal ansprechen. Ihr seht, es haben sich mittlerweile auch zwei Fraktionen gegründet und jetzt können wir uns das auch nochmal in Ruhe angucken. Ihr seht, wir können die Fraktion hier verwalten. Wir können sie fördern. Wir können sie unterdrücken. Wir können die Fraktion auch öffnen. Am Ende des Tages, na komm, seht ihr hier die Größe, wie viele Leute dort sind. Ihr seht die aktuelle Zustimmung. Das ist bei uns im Moment super. Die Unterstützung. Und ihr seht hier die Forderung der Fraktion. Das seht ihr hier an der linken Seite auch. Dieser Bubble bedeutet immer erfüllt. Top. Und dieser Bubble bedeutet, ja, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden mit. Es gibt natürlich auch gerade, stellt euch wieder das beste Beispiel, das Despotenreich vor. Also die andere Seite der Menschen, die ich euch gezeigt hatte und die unterdrückte die Leute und irgendwann sagen sie, hey, ich habe da keinen Bock drauf, wir gründen eine Fraktion. Dann kann das mit so einer Fraktion und unzufriedenen Leuten auch mal ganz schnell in eine gewisse Richtung gehen. Und ihr seht hier jetzt auch die Effekte. Die produzieren eine gewisse Einigkeit. Ihr seht, das seht ihr hier. Und das, um nochmal zurückzukommen und jetzt das Ganze auch hier abzuschließen, wird gefördert. Na, das zeige ich euch am besten in dem Bildschirm. Von unserer Präsidentin, die... War das die Präsidentin? Ich weiß es gar nicht. Hat er nicht irgendeine von unseren Leuten da? Einigkeit von Fraktionen plus 2% als Herrscher gibt es nochmal obendrauf. Na, also das sind die Fraktionen. Die sind für die Einigkeit eine gute Sache. Und ich glaube auch, die sind sehr interessant, wenn ihr mit Despotenreichen und sowas spielt, dann kann das sehr spannend werden. So innenpolitische Probleme oder sowas. Aber wenn ihr, ich nenne sie mal salopp, die Netten spielt, dann sind... Das habe ich eigentlich ganz selten innenpolitische Probleme gehabt. Ja. Wirklich nur, wenn ihr dann irgendwie so ein Reich wie hier angliedert und es dann zu Problemen kommt. Okay. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, um wirklich mal die ganzen Sachen hier zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann in Ruhe das hier an, Diplomatie, was bedeutet das alles, wie funktioniert das, wie funktioniert Spionage. Und dann gucken wir uns auch nochmal das Thema darauf basierend Krieg an. Wie funktioniert das? Und dann hoffe ich, dass euch dieses, diese vierteilige Tutorial-Reihe bei Stellaris geholfen hat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sonderwünsche, DLC-Wünsche habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Macht's gut, like und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Strategiener. Ciao, ciao.